Wir schauen einfach ins nächste Level rein. Boah, drei neue Gegner. Combine Harvester, Planter und... was? Overbite? Oh, hier bin ich nicht. Und diese Pipes hier sehen, die Magma stabilisieren. Aber warum ist die Magma in den ersten Platz? Ich werde einen näheren Blick nehmen und nicht nur, weil ich eine Menge Strahberie sehen kann. Ja, genau. Wir gucken da nur hin, weil wir die Labor untersuchen wollen. Und nicht, weil es da eventuell hunderte von Erdbeeren zu ernten gibt. Ah, ja. Ah, und schon wieder eine Forschungskiste. Schön, 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 die machen natürlich gleich auf. Ah, New Technology Unlocked. Missile Mark 1 Firefly. Also kleine Erziehung der Raketen. Cool, voll, cool. Okay. This area of the ground is pissful, also... Ja. Gedüngt. Fruchtbar. Weapons will be boosted and the Magloid will repair and upgrade faster. New Technology Unlocked. Deployable Defense Board. Woof. Haha, süß. Zack, sonst werden wir hier mal ab. Und... So, twice as fast on pissful ground. Das heißt, hier auf diesem gedüngten Boden wachsen die zweimal so schnell. Ist natürlich äußerst cool. Ah, wir schnappen uns hier mal. Ah, der ist noch nie mal aufnehmbar. Komm, dann wird der jetzt schneller. Zack, jetzt kann man mitnehmen. Ah, schnell die Erbeine heimbringen. Los, 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 los. Meine Erbeine nicht eure. Ich brenne euch einfach nie. Los, 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 los. Naja, der Bot schießt Raketen. Ist schon cool. So, bringen wir ihn mal hier heim. Oh, schnell, 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 schnell. Uh, es reicht für einen Raketenwerferturm. Halt. Falsch. Ah. Egal. Ah, nein, 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 nein. Schnell. Die Erbeineinsamen bevor sie den Gegner klauen. Die Erbeide auch nicht. Äh, na. Ah, ja, ich kann nichts kaufen, wenn ich schon was ausgerüstet habe. Ich die Geo. Äh, uncool, uncool, uncool. Oh, jetzt montiert hier auch noch einer. Ah, Moment, ich muss mir hier kurz den Turm absetzen. Dann kaufe ich mir hier mal einen ersten Raketenwerfer. Und dann kaufen wir gleich noch einen. Den setzen wir mal hier ab. Und dann kaufen wir mal noch einen Laser. Den setzen wir hier ab. Dann ist das gleich nochmal versichert. Und, ah, nein, 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 nein. Nein. Oh, zu langsam. Oh, die mutieren gerade alle. Ja, ist das uncool. Ja, reicht für einen weiteren Raketenwerfer. Wir holen uns nochmal einen Laser. Ah, nein, 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 nein. Das sind unsere Erdbeeren. Ah, die fressen Erdbeeren und spawnen neue Mobs. Das ist natürlich auch uncool. Oh, ist das uncool. Jetzt müssen wir den ja mal kurz abkaufen. Und dann noch einen Raketenwerfer stellen den hier hin. Oh, die dürfen keinen Erdbeeren mehr kriegen, die Gegner. Ah. Oh, 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 oh. Und ich sehe da gerade was ganz Böses anrücken. Ah, den upgrade nochmal ab. Die Dinger da, die müssen sofort, die müssen sterben, sterben, ganz schnell. Weil die nämlich, äh, diese Erdbeerfelder, ja, umholen sind, dass die quasi nicht mehr für uns Erdbeeren produzieren, sondern, ah, schon ist das passiert. Und dann nämlich für den Gegner Einheiten spawnen. Das nimmt sich relativ überhand dann. Na, komm schon, den Krieg endlich kaputt. Los, los. Ja. Oh, das Erdbeerenfresser muss auch endlich weg. Und du auch. Ja. So, dann setzen wir den hier ab, bringen die Erdbeeren heim und kaufen uns noch einen neuen Laser. Den wir dann, äh, aufrüsten. Oh, wo, 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 wo Oh, das ist nicht mehr ganz toll hier. Oh, F6. Oh, schon leer aus, leer aus, leer aus. Ich kann hier Airbein einsammeln. Die dürfen sie nicht kriegen. Das sind unsere. Puh. Ich kaufe es mal schon in die Panzer, um noch mehr Leben zu führen. Das wäre ganz praktisch. Oh, wir sind gleich... Oh, scheiße, wir sind voll. Wir sind wieder ran voll. Oh. Ah, wir sind schon ausgedehrt. Okay. Ah. Noch mal zwei Diamanten schnell holen. Ich nehme meine Temperaturarm für das Shuttle kaufen. Oh. Komm schon. Ah, der Dreckslaser macht so wenig Schaden. Verdammt nochmal. Oh. Oh, 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 oh. Achso, jetzt ist mir was. Das kaputt ist hier noch nicht das Shuttle. Hm. Ja, das ist eigentlich schon die letzte Welle von dem her. Wir haben es eigentlich im Prinzip schon geschafft. Ich meine sehr... Oh. 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 Ah, dann stirbt... Oh. Oh. Depp das Ding schaden. Dann stirbt doch eigentlich. nicht. Los, los. Boah, endlich. Oh, nicht mehr so korrumpiert Dingens. Ah, wo zieh ich denn? Ich bin nicht so. Na komm, 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 komm. Ja. Wollen wir noch irgendwo den Gegner übersehen? Wahrscheinlich. Ah nein, jetzt haben wir alle gekillt. Puh. Schnell noch die Sachen heimbringen. Vor allem die Edelsteine. Puh. Ah, da haben wir schon 33. Continue. Auf zum nächsten Level.